Ja, Hallihallo und herzlich willkommen bei mir Trunker EP mit Sliver.io. Ich will mich heute nochmal an diesem merkwürdigen Spiel versuchen, wo es darum geht, einfach andere zu zerschlagen. Mein Ziel ist es mal in die Top Ten zu kommen. Ich versuch das jetzt auch. Dafür muss ich nur 10.000 schaffen. Toll! Die Betonung liegt auf nur. Naja, wenigstens finde ich gut Punkte. Und da ist auch schon unser erstes Opfer. Jawohl, hat sogar geklappt. Nom. Komm, 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 komm. Och, Mann. Hätte ja klappen können. Bäm. Ich habe nicht mal was gemacht. Wir werden langsam größer. Nom, 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 nom. Oh, Punkte. Meine. Wenn ich das richtig sehe, bin ich gerade auf Platz 130. Ja, der hat sie gerade vor, mich zu killen. Das blöd ist, es leckt ein bisschen. Das kann einen sehr schnell das Leben kosten. Blödheit hilft aber auch gut zu sterben. Wie gerade zu sehen war. Ich drücke doch noch nicht mal. Versucht es gar nicht erst. Nicht so ein Abstauber, ne? Und dann zum Vollidioten mutieren. Das beginnt nichts, was ihr nicht beenden könnt. Sage ich dazu nur. Also ich bin happy, wenn wir unseren Namen da oben in der Top 10 sehen. Und ich kriege einen Anpfel, wenn ich sehe, wie heftig es leckt. Oh, hier ist ein Riese gestorben. Alles Punkte. Platz 80. Ach. Den Stress tue ich mir jetzt nicht an. Meine Güte. Ey, der Leck hat mich umgebracht. Ich hasse das. Es leckt wie Hölle. Es bringt einen so von um. Ah, ist halt... Ach, halt, Klappe, äh, Werbung. Kann ich jetzt mal bitte nicht lecken. Ne, es leckt immer noch wie Hölle. Ey, das Spiel gibt mir nicht mal eine Chance irgendwie hier. Äh, was Gutes zu machen. Oh, Punkt ohne Ende. Abstauben! Oh ja, so können wir riesig in Rekordzeit werden. Alter, wir haben so schnell eine Riesenlänge erreicht. Wie ich schon sagte, ich tue mir den Stress nicht an. Punkt ohne Ende. Punkt ohne Ende. Punkt ohne Ende. Aber kein Sieg in Sicht. Könnte man bitte noch ein Riesen direkt vor meiner Schnauze grepieren. Obwohl ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit abseits der Map. Ist mal ein bisschen mehr mittig. Ich sehe ein Opfer, das mir nicht entkommen kann. Gebe einfach auf. Genau. Wenn man keinen Ausweg sieht, aufgeben. Und immer enger ziehen. Man kann richtig arschig sein. Genau, und dann gibt er auf. Weil er keinen Bock drauf hat. Ich sehe so richtig, wie die die Punkte machen. Mann, immer flüchten sie. Komm, grep hier. Direkt vor meiner Nase. Komm. Grep hier. Ich will abstauben. Das ist ein bisschen zu lang dafür. Oh, da hinten lagen jetzt gerade eigentlich gut Punkte. Ja, da hat der eine Typ sich nur gebunkert. Oh ja, ich habe zwei eingesperrt. Immer enger und enger. Bis der Platz ausgeht. Alter, man sollte nicht fressen, wenn man schon eingekerkert ist. Alles meins. Platz 47. Wir schaffen es noch in die Top Ten. Nein. Das ist nicht passiert. Maul dieser. Nein. Verdammt. Ein Versuch noch. Jetzt aber bitte ohne Umgelegge. Türke. Manche haben Namen. Futter, 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 Futter. Oh, da ist ein Riese grepiert. Nein. Ich sage nichts dazu. Wir müssen noch eine Runde machen. Ich will es einmal in die Top Ten draven. Mehr will ich gar nicht. Genau, grepier. Das wäre jetzt, wenn der Riese da drauf gehen würde. Ich meine natürlich, dass wir erst einen Versuch gelten lassen, der mindestens 1000 erreicht hat. Wenn ich nach drei Sekunden drauf gehe, das gelte ich nicht als Versuch. Warum haut dieser Punkt da ab von mir? Und ja. Aber, wenn ich nach drei Sekunden verletze. Also, ich kann nicht als Versuch gelten. Das wäre jetzt einer. Ich bin mir nicht als Versuch gelten. Nein. komplett umsonst eingeschaltet habt weil sich das hier gerade langweilt hier einfach nur punkte versuche zu kriegen ich habe mich mit sunrider beraten und wir planen schon die nächsten spiele des wahnsinns wir haben wieder mal tolle ideen und die nächsten spiele des wahnsinns müssen in den nächsten zwei wochen kommen darauf könnt ihr euch zumindest schon mal freuen danke für deine punkte ja da ist ein riese krepiert nein naja ich sage das war's für heute ich wurde genug kaputt geschlagen wenn ich was die dir gefallen hat dann lasst doch einfach ein like da und wenn euch mein kanal gefällt könnt ihr ein abo da lassen ciao leute ich werde es wahrscheinlich nie in die top ten schaffen